Yes, und hier sind wir nochmal direkt aus der Blue Bubble am Willparkstadion. Und zu meiner Seite der letzte Topscorer Daniel Nohr. So, Daniel, was ist das Gefühl von der Situation? Es ist die Halftime der Saison. Was erwartet ihr von den nächsten paar Spielern? Halbwegs durch die Saison? Ich denke, dass unser Team wirklich nicht in dem Ort, wo wir gedacht hätten, wir wären. Wir lassen ein paar Spiele gehen. Wir sollten ein paar Spiele verletzen, aber unser Mindset ist immer, es geht weiter und immer weiter und immer weiter zu arbeiten. Und immer weiter zu lernen. Und immer weiter zu bleiben. Also, es gibt ein neuer Mann in der Stadt. KC ist zurück. Du kennst ihn aus der letzten Saison. Also, sind Sie gespannt? Wie fühlen Sie sich daran? Ja, wir sind ziemlich begeistert, dass ihn zurückkommen. Wenn wir einen Mann aus den letzten Saison kommen, dann ist es immer gut, dass er das hat. Er bringt auch noch einen Garten, der in uns zu helfen kann. Er ist auch ein älterer Mann. Unsere Team ist ziemlich jung, also er ist ein älterer Mann, der in uns zu helfen kann. Und ich denke, dass wir das brauchen. Okay. All right. Okay, man. Sounds good. Thank you so much and good luck. Take care. Bye bye.